moin moin herzlich willkommen zu diesem kleinen kurzen und schmackhaften info video von mir ja es gibt mal wieder informationen zu meinem kanal und noch viel mehr zuerst nebenbei öffne ich ein pack und das mache ich glaube ich auch gleich am anfang ist ja jetzt team of the season rausgekommen also ich spreche mal schnell mal ein pack öffnen verkauert und glück ihr wisst was ich sag er was mein vital ist drauf auf dem cover wer ist drin und gleich gibt es die infos also erstmal schönes weg hier wenn ich jetzt trotzdem wenn die jetzt ein team office diesen spieler zieht er rastig aus naja naja ipsen das sieht extrem gut aus ich habe keine ahnung wie viel der wert ist eigentlich weil diesen infos video machen aber kommt 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 macht macht jetzt hier ist jetzt ist man ich hasse es ja bis es schon gefreut naja auf jeden fall was gibt es neues zu meinem kanal was gibt es für informationen die wichtig sind ja ich habe vor jetzt mehr videos zu bringen also statt zwei in der woche weil ich habe jetzt bis jetzt immer mittwoch und samstag ein video hochgeladen und jo ich habe es überlegt mensch erster grund dass du mehr videos machen sollst ist video machen es ist einfach geil macht einfach richtig spaß die videos zu schneiden weil ich mich aber videos aufzunehmen und so weiter und der zweite punkt war der zweite grund war dass ich schon viel zu viel vor produziert habe also pack openings weil ihr werdet jetzt die nächsten ich glaube bis zur folge 17 werdet ihr nichts von team of the season sehen weil ich habe auch nichts von team of the season jetzt aufgenommen weil ich mir richtig episches team gemacht haben richtig episches niederlande team kann ich euch auch gleich zeigen auf jeden fall habe ich viel zu viel vor produzieren ich möchte die jetzt einfach weg haben die einfach die folge ich möchte jetzt nicht die tonne hauen sondern ich möchte möchte sie wie sagt man behalten oder möchte sie auch noch im groß raus bringen sagt man so ne das war jetzt der erste punkt es werden drei videos kommen und zwar waren werden sie kommen ist natürlich auch ganz wichtig sie werden immer montag donnerstag und samstag kommen um die gleiche zeit wie immer also immer 16 uhr montag donnerstag und samstag auf hafnium lp vorbeigucken gibt es immer richtig tolle videos eigenwerbung stinkt ich weiß meine lieben freunde ja selbst im abstoßen und ja das war ich das wichtigste jetzt dass ich das immer am montag donnerstag und samstag videos kommen 16 uhr auf jeden fall habe ich jetzt gesagt die zweite information ist ich habe vor mir bald ein zweitkanal zuzulegen da ich zeige ich mal schnell das team hier niederflitzer heißt es ist das nicht geil mensch ich wollte ich waren auch von persi hier vorne er seht schon das ist ziemlich viel info sogar ein team of the season spieler ja der war nicht so teuer wie wurde kostet 13.000 uhr auf jeden fall ich finde das team ist einfach nur episch die sind richtig schnell alle sieht man da 86 warte mal von anhalt einer 90 tempo 88 tempo oder john und nachher sind 93 tempo auf jeden fall darf ich mit geld in 7 mich rausgehauen sieht man glaube ich auch aber das ist einfach nur richtig geil schweif schon wieder ab vom thema das zweite information war ich wollte ein zweitkanal mir stellen wo jetzt oder bald also ich mache es noch mal so ein info video werde ich hochladen wenn er oben ist wo ich einfach nur scheiße oder irgendwas ausprobieren möchte vielleicht für eine neue serie oder so noch mal so ein ansatz ausprobieren möchte und auf jeden fall der ist noch nicht oben es kommt noch ein info video dazu ja das war die zweite info ich bin so organisiert heute und die dritte information ist ich habe bald also jetzt noch nicht sondern bald ein neues mikrofon ich stelle mir vor dass tibon sc 440 will ich mir holen deswegen wo ich nun mal sagen dass die quali von meiner stimme dann besser wird und jubi 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 was wollen wir noch ansagen das war es glaube ich auch wir haben text gezogen haben wir gemacht team gezeigt aber alles abgehakt check 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 noch mal danke 95 abonnenten sitzt jetzt wenn ich jemand jetzt nicht mag kann nämlich gleich wieder deabonnieren oder wie wir immer die komischen rage keys sagt dies abo dies abo auf jeden fall freuen vielen dank für 95 leute ihr seid richtig geil als 95 erziel waren ja die 100 hier waren die 100 und da das ziel die 100 waren weiß ich nicht ob ich dann auch für ne quatsch nach 100 höhe natürlich nicht auf ich hole mir jetzt noch eine ausstattung und möchte qualitativ immer 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 besser werden und und ich bringe jetzt auch drei videos in der woche und ich möchte habe ich ganz vergessen noch ein info nummer 4 bald eine neue serie serie herausbringen die verflürzen und mit ihm serie herausbringen und ja ich weiß noch nicht was aber ihr könnt euch schon mal freuen auf jeden fall vielen dank dass du mir jetzt zuschauen wir zuhörst und so weiter freut mich doch machen aber irgendwie gehört gut drauf ich weiß nicht warum auf jeden fall ich hatte so oft auf jeden fall auf jeden fall das war's für heute ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen schönen sonnigen sonntag und das war's von mir von meiner seite am montag kommt jetzt rund um die welt nummero drei mit ich sag nur so viel eine europäische mannschaft einer europäischen nation und ich glaube wie der schaue ich vielleicht ist wie das unter zwei minuten drei minuten machen ist bis immer auf sechs minuten 50 oder so hat keine ahnung auf jeden fall auf jeden fall auf gott servus und macht's gut und du 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 tschau